So Leute, ich dachte ich habe gerade ein paar Minuten Zeit und ich zeige euch mal im Downtown, das kann man mal runterfahren. Und was es hier so gibt. Also klar, hier gibt es normale Läden und so. Wir sind alle so ein bisschen Tante Emma mäßig älter gehalten. Und eigentlich ist das total so. Mein Papa war ja hier, der kennt das ja. Hier ist so eine alte Taunstelle, so voll klein und zwei Zapfhähne. Ich stoppe an jedem Stoppschild. Hier die Straße rein ist meine Bar, mein Red Coats. Hier ist der Baumarkt, aus dem ich gerade komme. Ich war heute mal am Baumarkt. Ich wollte immer mal in diesen Laden rein. Ich war seit einem Jahr immer dran vorbei. Und ja, beispielsweise gehe ich heute mal rein. Welcome to Plazon Town. Hier sind die Läden auf der Seite. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll, zu meiner Straße hier, zu meinem Downtown. Wir haben jeden ersten Mittwoch des Monats, jeden ersten Mittwoch im Monat, über den Sommer jetzt, immer ein Straßenfestival. Da wird dann die Straße dicht gemacht und da ist alles voll mit Ständen und so. Ich war jetzt auch Papa, als er hier war da. Hier muss ich rein, wenn ich die Kinder abhole in die Straße. Und es ist halt echt schön, alles so zu sehen. Ich mag das halt, dass die Geschäfte meistens oben noch so eine Terrasse haben und so, wo man langlaufen kann. Es hat immer noch so einen Western-Style, finde ich. Nämlich immer so in die Western-Style. Ganz schön. Ja, stopp. Jetzt die anderen beiden durch. Und ja, kann man so sehen. Das ist voll schön. Und hier ist dann, wo wir immer unser mexikanisches Essen holen. Hightech-Burrito. Dann nehmen wir uns einen Ice-Cream-Laden. Wieder Bank of America. Coming. Hier ist Gay-90s. Pizzaria, einer der Besten hier. Man findet jetzt hier nicht kein Starbucks, kein McDonalds. Das ist alles so ein bisschen älter gehalten. Ich weiß nicht. Man kann hier echt so einen Tag langlaufen. Also gar nicht, man braucht den ganzen Tag. Aber eine Stunde so durch Downtown schlendern, ist halt echt schön. Ist keine neue Straße oder sowas, aber er erfüllt seinen Zweck wahr. Ja, das war's auch schon. Wie gesagt, das gibt's nicht viel. Das heißt halt, Downtown ist halt die eine Straße. Aber es ist halt... Schönen Dank. Es ist halt nur kacke, wenn ich was von Starbucks wähle. Hier gibt's kein Starbucks. Alles klar, Leute.